Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über Techniken zum besseren Lernen einer Sprache. Hast du jemals versucht, eine neue Sprache zu lernen und dich dabei überwältigt oder frustriert gefühlt? Keine Sorge, du bist nicht allein. In diesem Video werde ich dir einige bewährte Techniken vorstellen, die dir helfen können, schneller und effektiver eine neue Sprache zu lernen. Bevor wir mit den Techniken beginnen, ist es wichtig, dass du dich motiviert fühlst. Setze dir ein Ziel, warum du eine neue Sprache lernen möchtest, ob es zum Beispiel für deine Karriere, deine Reisen oder deine persönliche Entwicklung ist. Finde auch eine Lernmethode, die dir Spaß macht und die du gerne nutzt. Die zweite Technik ist, regelmäßig zu lernen. Studien zeigen, dass kurze, tägliche Lernenheiten effektiver sind als lange, unregelmäßige Lernenheiten. Versuche, jeden Tag ein paar Minuten zu lernen und integriere das Lernen in deinen Tagesablauf. Zum Beispiel könntest du auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen einen Podcast oder eine Sprachlan-App nutzen. Die dritte Technik ist, aktiv zu lernen. Das bedeutet, dass du nicht nur passiv zuhörst oder liest, sondern aktiv Sprache produzierst. Versuche, Sätze laut auszusprechen, schreibe Notizen, erstelle Vokabelisten oder suche dir einen Tandempartner, mit dem du sprechen kannst. Je aktiver du bist, desto besser wirst du die Sprache lernen. Die vierte Technik ist, durch Immersion zu lernen. Das bedeutet, dass du dich in die Sprache und Kultur eintauchst, indem du zum Beispiel Bücher oder Nachrichten in der Sprache konsumierst. Je mehr du dich mit der Sprache umgibst, desto natürlicher wird es für dich, die Sprache zu verstehen und zu sprechen. Das waren also meine Tipps, um schneller und effektiver eine neue Sprache zu lernen. Jetzt liegt es an dir, diese Techniken umzusetzen. Setze dir ein Ziel, finde eine Lernmethode, lerne regelmäßig, sei aktiv und tauche in die Sprache ein. Ich bin mir sicher, dass du Fortschritte machen wirst. Wenn du noch weitere Tipps hast oder deine Erfahrungen teilen möchtest, schreib sie gerne in die Kommentare. Das war unser Video über Techniken zum besseren Lernen einer Sprache. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abonnement meines Kanals freuen, um zukünftig weitere Videos zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020